Ja liebe Leute, willkommen zurück zu Mass Effect. So, es geht weiter. Wir sind jetzt wieder auf unseren blauen Planeten oder lilanen. Auf unseren lilanen wahrscheinlich eher nicht der blaue Planet, sondern der lilanen Planet. Was war das für eine Laufeinlage? Das sieht ja lässig aus. Hast einen Hüftschaden, ne? Glatt ist es wahrscheinlich. Es ist glatt. So, jetzt checken wir erstmal noch mal die Lage, wo wir überhaupt hin müssen. Wir müssen da hoch. Das ist ja jetzt gar nicht so weit. Das ist ja gar nicht so weit. Okay. Dann geht es noch lang. So, die Richtung stimmt. Warum wurde das eigentlich dann vorhin in der anderen Richtung angezeigt? Das habe ich jetzt nie verstanden. Ich dachte, doch, ich gehe richtig. Alles klar. Alles klar. So, folgen die mir? Ja. Geht das auch schneller? Ja, es geht schneller. Oh, rote. Wer ist rot? Mal sehen. Wir werden sehen. Wir lassen es überraschen. Vielleicht ist es ja auch wieder bloß irgendwelches Getier. Oder? Drei. Drei sind kein Ding. Was? Was rennt der denn so komisch hier? Oder ich. Oder wie auch immer. Ja. Ihr macht das. Ihr kümmert euch um die anderen, wollte ich sagen. Aber wahrscheinlich. Na ja. Ist doch gut. Da habe ich dich noch mitgenommen. Hier oben ist noch einer. Okay. So. Und da müssen wir wohin? Äh, hier hoch. Wahrscheinlich. Gell das? Ja. Okay. Behälter. Behälter sind immer gut. Füllenfasern. Keine Ahnung, wozu ich das brauche. Äh, was muss ich eigentlich machen? Ne. Was war das? Q war das. Zu den Relikt-Ruinen reisen. Das mache ich jetzt gerade. Ich bin gerade da. Okay. Nehmen wir die halt mal alle aus dem Spiel her. Komm, hier kämpfst du mal mit. Gut. Gut. Gute Arbeit. Yep. Ich glaube, es war alles alleine gemacht. Aber... Egal. So. Und wo gibt's jetzt den... Hier war irgendwas. Nickel. Ach so. Okay. Wo gibt's jetzt den Eingang? Wahrscheinlich hier, hm? Hier irgendwie, denke ich mal. Oder? 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 Ein Troll. Freunde! Was? Freunde? Ach. Es geht. Es geht. Pippi, es geht. So. Oh. Oh. Jetzt wahrscheinlich hier rein. Kann ich hier rein? Nee, ich komme hier nicht rein. Ah. Wo muss ich denn da lang? Ach, ich bin noch gar nicht da. Okay. Was ist denn das jetzt? Wo muss ich denn jetzt lang? Hier lang? Oder muss ich hier vorne lang? Genau. Finden Sie seltene Reliktek. Genau. Okay. Ich will Sie unterstützen. Wie kann ich das machen? Sprich... Na, ich schenke mal die Lage her. Ja, ja. So. Geht's ja hoch. Ja, auch nicht, ne? Wahrscheinlich. Hm. Was haben wir mit dieser Wegfindung dann? Das hatte ich schon mal gesagt. Irgendwie ist das dann... Wenn man dann sich in die... Wenn man in die Nähe kommt oder so... Dann wird das nix. Dann ist irgendwie alles wie... Vernagelt. Was? Okay. Und was? Warum sollte ich was scannen? Aha. Da gibt's was. Okay. Och, kommt. Zeigt's mir auch den Eingang. Das ist er wahrscheinlich nicht. Da hinten lang. Wahrscheinlich auch nicht. Hier rein, ne? Auch nicht. Nur Nickel gibt's hier. Okay. Nickel. Warte, gehen wir weg. So. Also. Also. Bitte. Helft mir mal. Ich vermute dann... Ich vermute dann... Ich muss wahrscheinlich hier rum gehen. Okay. Nach... Links. So. Ich vermute es. Ja. Ja. Also wie gesagt. Das könnte doch so eine Markierung in Augenhöhe dann sein. Der ich dann folgen kann und nie irgendwo bloß da oben. Ja. Ach, ihr kämpft oder was? Was war das? Was war das? Aber intakte Neurospule. Gut. Wird geschossen hier. Hart. So. Äh... Ja, ich geh weiter. Alles gut. Er ist schwer verletzt. Oh. 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 Aha. Alter. Ja. Ja, bist du? Warum hast du auf mich geschossen? Was soll denn das? Lass mal checken hier. Sowas. Was liegt denn hier rum eigentlich? Irgendwelche bekannten Sachen? Okay. Irgendwie noch hier oben. Viehzeug. Trotzdem loot ich erstmal. Alles mitnehmen. Sehr schön. Äh... Was los? Gott. Okay. Dann geht's doch bestimmt hier irgendwie rein, ha? Ne, hier auch nicht. Hier drüben dann wahrscheinlich. Also wir rennen wahrscheinlich einmal um den Block. Würde ich sagen. Na gut. So ist es. Achtung. 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 Ah, die ist schon besser, ja. Oh. Hm. Das war doch nix. Das war doch lässig. So. So. Haha. Irgendwo hier rein, ha? Gut. Hier war Nickel. Egal. Scheiß auf das Nickel. So. Hier hinten ist wahrscheinlich nix. Nein. Alter, ich... Ich verlaufe mich hier. Ja, da oben ist der... Da hinten ist es. Da ist das Ding. Ja, da ist das Ding. Ich gucke jetzt in die Richtung. Und? Wie komme ich hier rein? Wie komme ich denn da hin? Dies formale Deite... Ding. Hier hoch, oder was? Ach, sag's doch gleich. Sag's mir doch gleich. Ich muss hier hoch. Ach. So ist es. Oh. So ist es. Oh. Hm. Drei. Zwei. Was? Was war? Luden. Luden. Wenigstens luden. Das ist gut. Zack. Okay. Also. Wahrscheinlich irgendwie da rein, ha? Geradeaus. Irgendwie hier rein? Habe ich eine Lampe? Ja. Ja. Da unten rein, ha? Oder? Jep. Und da haben wir wieder unseren Kraftfahrstuhl. Unseren Gravitationsfahrstuhl. Hier. So. Erstmal nachleiden. Dann geht's. Okay. Dann geht's. gut. Alles friedlich. Alter, alter, alter. Was ist denn da los? So schnell geht das, ja? Fortfahren. Alter. Krass. Oh, nee, hä? Wo? 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 Okay. Geht. Ich dachte schon, ja. Ich muss sonst irgendwo anfangen. Also. Das ist. Tödlich. Sozusagen. Damit ist. Hä? Wieso geht's hoch? Ah. Nein. Haha. Alles klar. Okay. Wer es nicht im Kopf hat, hat in Beinen, äh in Füßen, äh überhaupt. Äh. Was weiß ich. Ah. Gut. Also. Nochmal. In Ruhe. Langsam. Das war jetzt hier. Hier könnte ich noch wenden. Da war ja die Tür. Und dann. Muss ich in Ruhe schauen. Und aufpassen. Alles gut. Wir schaffen das. So. Das heißt. Wir. Äh. Müssen dann. Dahinter. Oder? 90 Meter. Das ist ja noch ein Stückchen hin. Genau. Wahrscheinlich, oder? Nee. Okay. 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 Komm ich ja durch. Gut. Klasse. Sehr schön. Noch was? Irgendwo? Na gut. Okay. Wir müssen uns wahrscheinlich hier irgendwie durchschlappierend bewegen. Und dann. Wo? Ach. War das jetzt offen? Nee. Das ist doch nicht offen. Oder? Kann ich hier durch? Bumm. Nee. Kann ich nicht durch. Okay. Also. Muss ich wahrscheinlich hier schauen. Oder? Wahrscheinlich muss ich wieder schauen nach. Wand. Aha. Das ist eine Wand. Ja. Cool. Das ist. Ach so. Das ist wahrscheinlich wieder hier irgendwas Scan mäßiges. Äh. Finden. Und. Was ist das? Gescannt. Okay. Was ist das eine? Wahrscheinlich. Äh. Ist dann das andere? Da drüben, ne? Äh. Ist dann das andere? Da drüben, ne? Oder? Genau. Und? Das geht. Wolang geht's? Hm. Versteh ich nicht. Was soll ich denn hier machen? Ach. Genau. Ach. Hier geht's weiter. Ich tapp. Oh. Weiß da. Es ist es 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 es. Okay. Ah. Die ist schon besser einfach. Alles andere ist hier. Sinnlos. Echt. Brauche ich nicht. Okay. Okay. Weiter geht's. Gut. Hier unten haben wir uns ja schon mal rumgetrieben, oder? Kann das nicht sein? mean, in der Zeit ist das die Stämme gegangen. Geht das zu. Der Zerstörer. Tote Banditen? Hoffentlich ist die Rail Tech, die ich brauche noch hier. Komm! 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 Oh, 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 oh. Oh. Boah, was war das? Was war denn das? Das hat mich gegriffen. Frech. Gut. Okay, wo müssen wir hin? In die Mitte, wahrscheinlich. Oder? Dahin. 50 Meter. Gott. Ich dachte, das ist es wert. Upsala. Äh, wieso? Verstehe ich nicht. Das wird schon. Ach, wirklich? Wir sollten hier alles bis zu ihrer Ankunft säubern. Aber es waren einfach zu viele von diesen verdammten Bonds. Dieser Bande sind wir alle total egal. Äh, ja. Wer sind sie? Ja, genau. Erzählen Sie mir was über Sie. Ich bin neu, ich kann Ihnen nicht viel sagen. Der Kroganer heißt Crank oder Cranket oder so. Er befehle ich die Einsatztrupps. Mehr weiß ich nicht. Da, nehmen Sie das wichtigste Teil von hier. Ich bin offiziell im Ruhestand. Ich wette, das ist das zweite Teil, das Sie brauchen, PB. Richtig. Und das letzte ist auf Calera aufgetaucht. Hoordinaten hochgeladen. Gut. Dann machen wir das, oder? Damit ihr mich dann ganz doll lieb hast. Ha! Äh, äh, ja. Okay. Also kann ich jetzt hier irgendwie direkt mich hinbeamen zu meinem... Kann ich raus? Kann ich raus? Äh. Geht nicht, oder? Geh mal hier hin. Ex... Exfiltration. Leertaste. Ne, geht nicht echt, da muss ich raus. Mal eine Güte. Okay. So, da müssen wir alles laufen. Ich dachte, ich kann mich ja irgendwie exfiltrieren lassen. Nein. So, wo geht's denn jetzt lang hier? Wo geht's denn jetzt lang? Immer dieses... Wo geht's lang? Hier geht's raus, oder? Überreste. So, genau. Nehmen wir alles mit. Hier geht's raus. So, komm. Flitz. Flitz. Ist das dein schnellstes? Was war das? Ach, mein Geschütz. Okay. Das hat sich selbst zerstört. So, ich weiß nicht, ob wir das halt noch schaffen, ja. Ja, ich mag diese dunkle Pleine eben nicht. Da sehe ich nix. Immer nur in der Dunkelheit. Betrifft eigentlich jedes Spiel. Da brauche ich die Nacht nicht. Ah, was denn los? Was hast du denn dir getan? So, komm mal hier raus. War das hier? Ja, hier war es lang. Okay. Genau. Der Krafttunnel. Was ist das eigentlich? Kann man das scannen? Ah, ja. Adaptives Relikt-Kerngerät. Alles klar, ne? Gut. Geh los, kommt. Mädels, mir nach. Oh, ja, wo lang? Genau hier lang. Hier lang? Ja. So, seid ihr hinter mir? Ja, ihr seid da. Alles klar. So, jetzt kann ich doch schnell Reise machen, oder? Das wäre doch mal was. Schnellreise. Genau, sehr schön. Perfekt. Und ab geht der Feder. Wir verlassen jetzt Taval. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder. Gut, wir wollen ja jetzt noch das letzte Teil. Ihr wollt mich alle sehen. Ich will aber Pipi will ich. So. Das heißt, wir verschwinden hier. Und gehen. Wo ist es? Muss ich erst aktivieren, oder was? Ne, ne. Da ist es ja. Ach, hier. Da liegt es, genau. Oh, ja. Jo. Anomalie auf den Sensoren. Egal. Sind jetzt im Orbit von Kaderra. Ist ja schön. So, aktiviert. Gut, wo müssen wir eigentlich hin jetzt? Ähm, achso. Na gut, das geht ja nur nach dort. Wir wollen ja nicht wieder zurück. Ja, alles lasse ich. Lasse ich, lasse ich, lasse ich. Ja, komm. Was ist los? So. Lage checken. Map checken. Richtung stimmt irgendwie. Am besten wir nehmen Nomad, oder? Das wäre doch was. Gehen wir erstmal wieder herein. In dieses Gebiet. So. Genau. Hier war ja der Typ, der hier sich als Direktor aufgespielt hat. So. Und damit ist das. Was ist hier vorne? Keine Ahnung. Hier hinter muss ich. Am besten, ich nehme Nomad. Gibt's Nomad? Ja. Hier gibt's Nomad. So. Wie? Was? Natürlich ist das nicht, oder? Eine exothermische Reaktion der Schwefelsäure beim Kontakt mit dem Wasser in der Atmosphäre. Na, ist doch logisch. Wusstest du das nicht? Wusstest du das nicht? So, Nomad. Oh. Komm, wir scannen. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Ja, ich schau. Sie können mit ihrem Abbau-Interface Mineralien extrahieren. Ich schau, aber ich finde nix im Moment. Mal sehen. Oh, was ist das? Was ist echt? Lebt er noch, ja? Er lebt immer noch. Aber er ist nicht mehr, ha? Ja, also, bitte. Spruch hier unten war was. Ah, eh. Gott. So, dann schauen wir mal. Wir können nicht zulassen, dass die Gesetzlosen diese Tech beanspruchen. Was? Wie? Wo? Gesetzlose? Sollen wir mal hier reinleuchten, oder was? Ach, so viel Gewalt. Okay. Ach, da kippt sie schon um. Ach, da oben. Hm, ich bin schneller. Immer noch. Alter. Jetzt war's das, oder? Oh, ich darf nicht aus der Übung kommen. Das ist alles. Nochmal das gleiche, oder? Nö, sieht nicht aus. Oh, was war das? Ein Hänger? Na, wenn das mal nicht die Konkurrenz ist. Hm? Sieht aus, als würden hier Banditen lagern. Okay. Haben wir jemanden hier? Nein? Niemand? Abfallender, suchen Sie diese Ruinen hier? Ja. Alles gut, oder? Bin ich richtig, oder? Ja, da fahren wir mal dran. Meine Güte Trigger-A aktivieren. So. Granit glaubt nicht, dass wir sie besiegen können. Aber das werden... Ich verstarke den Schuss. Gut. Gut. das war nicht so schwer oder geht's hier wahrscheinlich nicht leiser was du da unten was los mit dir hallo hallo bewegt sich gar nicht was los junge zitterst ok jetzt meine denkt ich hänge ich hänge gott es ist mit mir ein pack scheiße sind hübschen kann ich nicht also hier chat pack kann ich nie machen ok hallo auch ne jungs ich habe mich festgepackt hier was ist denn hier los geht nicht oder wenn ich kann ich irgendwas hier machen wenn ich hier sage okay ich wenn ich das speichere zum beispiel wenn ich speichere was passiert denn hier ist natürlich die gefahrt dass ich dann hier ich probiere es trotzdem mal mache ich mal aus spiel beenden ich will nicht zum desktop zurück kann man das auch beenden irgendwie hauptmenü spiel spiel laden das ja mal sehen was passiert das ist mist passiert selten eigentlich noch ok eigentlich noch noch nie passiert aber ja gibt ihr mein erstes mal wie lang überprüfe diesen container naja da steht da dran aber da ist ein daten pad scheint eine nachricht für uns zu sein hoffentlich haben meine jungs ein gut kampfgeladen aber sie sind zu langsam ich habe bereits was sie suchen ich treffe sie und ihre sari in kandera port sie können die tech von mir kaufen ich habe leider dann haben wir jetzt wohl eine fahr schön mit einem nervtötenden banditen der sich für eine ernsthafte konkurrenz hält naja das hätte er doch mal gleich sagen können da hätten wir uns das hier gespart alles ok also wo ist das jetzt wir müssen hier hin da ist das aktiviert äh 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 ähm genau ok klappt gut ähm äh 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 dann schauen wir mal was das für ein typ ist so verlassen ja klar wahrscheinlich ja wenn man sich da den planeten verlassen oder oder reicht das wenn ich woanders hingehe kann man checken kann man checken ne das ist das schon gleiche ok 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 es ist immer gehen was sollten das kennen sagt mir das doch mal da ist nix sowohl lang hier lang wahrscheinlich 12 meter die tür oder was ganz falsche tür wahrscheinlich oder hier lang nach dass der markt alles klar oder werden es nicht glauben aber gerade hat so ein typ versucht mir eine thermoskanne als zündspule zu verkaufen ja warte mal eh hallo nein es war suppe drin und roch nach gerst und warten sie darauf dass dieser kroganer auftaucht ich muss ihm nur die hellteck abkaufen damit ich meinen reliktscanner perfektionieren kann er und seine leute tauchen bei allen ruinen auf die wir durchsuchen das kann einfach kein zufall sein ich denke sie könnten uns vielleicht irgendwie folgen hm das hat uns gerade noch gefehlt parasiten wenn man etwas interessantes macht erregt man nun mal interesse rider bitte kommen wir haben ein problem ich höre kello wir hatten ja einen eindringling er hat sich an bord und in pibys quartier geschlichen ihr bot ist weg wie soll denn das gehen ne was sind das für sicherheitsvorkehrungen wie zum teufel konnte das passieren das können wir noch nicht mit gewissheit sagen da wusste jemand genau was er zu tun hatte sie haben ein beeindruckendes stück reltech und eine aufgezeichnete nachricht hinterlassen ich übermittele sie jetzt ryan hier ist kalinda tereff palisarias naja als was auch immer sie mich inzwischen bezeichnet danken sie ihr bitte von mir für den schicken bot ich nehme an die reltech die meine crew an sich genommen hat kann als adäquate bezahlung betrachtet werden oh und sie müssen nicht auf meinen kroganischen freund kranit warten er und seine banditen arbeiten für mich taaa verdammt warum kann sie mich nicht einfach in ruhe lassen hm mhm wie persönlich ja mach sehen wieso hat sie es auf sie abgesehen pb was weiß ich ich bin diejenige die verletzt wurde um meinen scanner fertig zu stellen brauche ich zugriff auf die speichereinheit in pock kalinda war schon immer anstrengend für einen kick würde sie alles tun und wenn sich dabei auch noch profit machen lässt umso besser es tut mir leid dass sie in diesen mist mit reingezogen werden rider aber sie müssen sich damit nicht befassen ich regle das schon ne 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 Sobald ich einen Ansatz habe, wie wir Pog zurückbekommen können, melde ich mich. Das Miststück hat mein Wort gestohlen. Gut. Nächster Schritt. Warten, bis BBC wegen Pog kontaktiert. Okay. Das heißt... Was, ich muss jetzt warten hier? Warum das? Das ist doch langweilig. Hi. Mhm. Ich ernte jede Menge böser Blicke. Mhm. Seien Sie einfach vorsichtig. Ich blinzle nicht mal. Erledigen wir einfach, was wir erledigen müssen und verschwinden dann, okay? Na gerne, ich warte nur auf dich. Was soll das? So, dann machen wir vielleicht mal zurück, ha? Zur... 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 Tempest. Irgendwie. Genau. So, das ist jetzt etwas mühsam. Ich dachte eigentlich, das geht zügiger hier. Ja. 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 So, das ist gut. Okay, warten. Ja, das sagst du jedes Mal. Jedes Mal, Mädel. So. Ist sie jetzt hier drinnen? Diese Sesshaftigkeit ist nichts für mich. Ich mag es nicht, wenn die Leute wissen, wo ich bin. Wo mein Zeug ist. Oh, schade. Ist halt auch ein bisschen nett. Irgendwas, um abzuschalten. Das bräuchte ich jetzt auch. Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte. In der Rettungskapsel lässt sich die Schwerkraft abschalten. Natürlich. Sam, du bist ein Genie. Das wird mich total verändern, Ryder. Sie werden schon sehen. Da drin ist Platz für zwei. Gerne. Warte, warte, warte. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich dachte schon, die Fragen. Ja. Das wollte ich hören. Und das war's dann. Augen zu. Entspannen. Einfach loslassen. Das ist großartig, Ryder. Ja. Ich wüsste noch was, um mich zu entspannen. Und was? Wollen wir rummachen? Mir ist egal, ob sie noch was anderes am Laufen haben. Und ich kann schweigen. Wir haben einfach nur Spaß. Und lassen Dampf ab. Ohne Verpflichtungen. Logisch. Ohne Wendungen. Geht das, oder muss ich? Muss ich... Na, ich mach das. Ich mag sie, Pibi. Ich will, dass es was bedeutet. Oh. Gut zu wissen. Lassen Sie uns das hier. Einfach genießen. Was ist das, was? Hallo. Mehr, äh, mehr noch? Mehr noch nicht, oder was? Oder war das nur das Vorspiel? Oh. Meine Güte. Wie kriege ich denn die rum? Das wird schon. Das wird schon. Ich muss erst mal die Lage checken. Was habe ich denn jetzt eigentlich hier für eine Aufgabe? Genau. Und das ist warten bis... Na gut, okay. Da muss ich halt warten. Okay, da warten wir halt. Meine Güte. So ist es halt mal. Gut, liebe Leute. Wir warten. Wir warten. Und ich denke, das nächste Mal dann... klappt's. Bestimmt. Also, in dem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.